Ein ganz kurzes Update am Sonntag, am 24. September 2023. In vier Tagen habe ich Geburtstag, übrigens. Genau, schon mal vorzumerken. Und was es auch noch vorzumerken gibt, ist, dass morgen die SRF-Reportage auf SRF RAC online am 5., also am Montag um 25.09. ausgestrahlt. Für alle, die uns dort verfolgt haben, bei dieser ganzen Reise. Und wollen sehen, was da alles gelaufen ist. Und dann noch ein kurzes Update. In den nächsten Tagen werden wir noch einmal darauf eingehen, wieso haben wir das gemacht mit dieser Geldfrei-Journey. Was sind unsere Fazite, die wir daraus ziehen und wie geht jetzt die Reise weiter? Genau. Und was läuft alles im Moment gleich wieder an? Bei uns auf Projekte. Stichwort Manifest von der Gefühlsrevolution. Deep Dive Experience. Connected Dating. Ja. A.F. A.F. Richtig. Ja. Freut uns, wie es weiter geht. Und wünsche dir ganz einen schönen Sonntag. Peace. I'm gonna get mega. Untertitelung des ZDF, 2020